Hallo miteinander, wir sind hier im Showroom der Schweizer AG. Wir sind in den Vorbereitungen für den Film & Media Day, der am Dienstag, 5. November stattfinden wird. Und ich würde euch gerne mal zeigen, wo wir das genau machen. Zeigen, wer dann da sein wird. Herstellen können wir erst am Montag am 4. und dann den Aufbau, damit wir auch am 5. bereit sind. Wenn wir hier durch den Showroom laufen, geht es hinten. Man sieht schon, wie es blinkt und leuchtet da hinten. Wir werden hier eine kleine Ecke haben mit einer Bar. Hier haben wir RED. Habitulier Auto. Smurfel Production Studio, das wir aufgebaut haben. Mit Leuchten von Casar, die auf den Bildinhalt reagieren. Wenn wir hier weiterlaufen, geht es hinten. Durch den Gang, runter in die Schulungsräume. Jetzt ist es hier leider ein Dunkel. Und hier unten haben wir Atomos, DZO Optics, Black Magic Design, Canon. Wir werden am Rand am Tisch stehen. Mit den Herstellern. Die IT-Microphones dann Eizel. Fujinon, Nikon, Converblue, Optamas Gear. Und jetzt seht ihr, hier sind wir am Ende des Raumes. Und am Ende des Raumes können wir die graue Wand aufmachen. Die komplette Wand wird dann aufgemacht. Und schon sind wir wieder hier im Foyer. Panasonic, Rode und Sachtler, die hier wird sein. Hier haben wir auch nochmal einen Raum zur Verfügung. Also eine grosse Sache. Dann Sandys, Sennheiser, Shure, SmallRig, Sony und SWEET. Wir machen das wieder auf den Weg. Retour im Showroom. Ich hoffe, dass wir dann am Montagabend nochmals ein Reel machen können. Um euch zu zeigen, wie es am nächsten Tag aussieht. Wir alle würden uns freuen, wenn auch du am 5. November um halb 10 Uhr bis abends um halb 6 Uhr mit uns unterhalten bist. Die neuesten Trends anschauen kannst. Und auch mit den Herstellern natürlich reden kannst. Vielen herzlichen Dank. Bis zur Aufmerksamkeit. Bis dann. Und tschüss miteinander.